Herzlich willkommen bei Kochen mit Sven. Heute eine Kartoffelsuppe mit Speck und Wiener Würstchen. Viel Spaß beim Zuschauen und hinterher beim Nachkochen. Auf Wiedersehen. Damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und ich kann mit dem eigentlichen Kochen beginnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt essen. Guten Appetit für uns und euch viel Spaß beim Nachkochen.